Ebenso wie Dr. Irlacher sind sich weltweit, zumindest Naturmediziner, einig, dass eine Übersäuerung Alterungs- und Krankheitsprozesse auslöst. Meine grundlegende Theorie ist, dass es nur eine Art von Beschwerden und Krankheit gibt, nämlich die Übersäuerung des Blutes und des Gewebes. Das kommt vom Lebensstil der Ernährungsauswahl. Also ist jede Krankheit Folge einer Wahl, was wir essen, was wir trinken und was wir denken.